Wenn du als Laufanfänger eine gute Mischung aus Stabilität und Funktionalität suchst und das bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, dann ist der Nike Zoom Fly der richtige Schuh für dich. Das Mesh-Obermaterial ist atmungsaktiv und sorgt für eine gute Belüftung deines Fußes. Somit hast du immer ein angenehmes Gefühl beim Laufen. Für Stabilität im Schuh sorgt das Dynamic Support System. Dieses gibt dir genau dort Halt, wo du es auf der Fußinnenseite benötigst. Um die Auffallkräfte zu reduzieren, ist der Nike Zoom Fly mit der bewährten Zoom-Dämpfung ausgestattet. Damit kannst du auch auf harten Untergründen bequem deine Runden drehen. Zudem ist der farbenfrohe Schuh mit einer festen Fersenkappe ausgestattet und gibt dir somit guten Halt in deinem Rückfuß. Das in der Außensohle verarbeitete Carbon-Gummi gibt dir einen guten Grip und steht für gute Haltbarkeit. Wenn du einen leichten und stabilen Schuh suchst und das in einer knalligen Farbe, dann ist der Nike Zoom Fly genau der richtige Schuh für dich. Du erhältst ihn in allen Runners Point Filialen oder direkt bei uns hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com 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 www.runnerspoint.com